So könnte das Spiel Frankfurt gegen Schalke laufen. Das ist meine Traineranalyse. Schauen wir uns zunächst ein paar relevante Statistiken an. Da fällt auf, dass die Schalker 13 Tore geschossen haben, aber eigentlich hätten 17 schießen können, wenn sie besser in Position gestanden wären. Kontertore. Beide Mannschaften legen sehr viel Wert auf Konter, haben die zweitmeisten erzielt mit vier Kontertoren. Wenn wir uns Standardsituationen anschauen, ist bei den Frankfurtern extrem interessant, dass sie 11 Tore nach Standardsituation erzielt haben, aber auch 10 Tore nach Standardsituation bekommen haben. Die erzielten Tore führen sie auf Platz 1 in dieser Tabelle, die bekommenen Tore führen sie auf Platz 17 in dieser Tabelle. Wenn wir uns den Ballbesitz anschauen, haben beide Mannschaften eher wenig Ballbesitz, die Schalker mit 43,8% den wenigsten Ballbesitz in der Liga. Baut man aus diesen Informationen ein Spielszenario, könnte folgendes Spiel zustande kommen. Ich gehe sogar davon aus, dass die Frankfurter eher abwartend agieren werden, sprich in einem Mittelfeldpressing in ihrer gewohnten 3-4-3 Grundordnung. Vor allem mit ihrem Spitze Lindström, Mouani, der in der Weltmeisterschaft der Überragenden vor allem im Finale performt hat, mit Götze oder beispielsweise Kamada, sind sie zum einen in der Lage, viel Bälle zu erobern, aber zum anderen auch nach Balleroberung die Schalker auszukontern. Man sieht am Wert des Ballbesitzes der Schalker, dass sie nicht gewohnt sind, mit viel Ballbesitz umzugehen. Und deswegen glaube ich, dass die Frankfurter ja die Schalker spielen lassen. Welche Möglichkeit besteht für die Schalker, sogar die Frankfurter zu schlagen? Ich finde es sehr interessant, wenn die Schalker es schaffen, ihre beiden Außenstürmer sehr hoch zu positionieren, damit sie die beiden Schienenspieler hier hinten binden. Und vor allem, wenn sie das Überzahlverhältnis im Mittelfeld, denn mit Kamada und wahrscheinlich so, spielt Frankfurt nur mit zwei Mittelfeldspielern gegen drei Mittelfeldspieler der Schalker, so ausspielen, dass sie im Ballbesitz sich immer wieder anbieten, wenn die Innenverteidiger den Ball haben, dadurch die beiden Frankfurter rausziehen. Und jetzt über Terrode das Spiel so entwickeln, ruhig mal einen langen Ball am flachen Ball, um ihre Zehen in Position zu bringen. Schaffen sie es, ihre Zehen in Position zu bringen, können sie ihre Spieler am Flügel einsetzen und auch diesen kompakten Block der Frankfurter ausspielen. Trotzdem gehe ich davon aus, dass Frankfurt das Spiel für sich entscheiden wird.